Wenn irgendjemand euch etwas sagt, ihr habt einen Maßstab dafür. Weil das, was uns Muslime heute in diese mistliche Situation gebracht hat, ist, dass wir eigentlich nicht den Islam richtig praktizieren. Denn was ist der Islam? Der Islam ist das, was auf Koran und Sunnah basiert, nach dem Verständnis derjenigen, die mit dem Propheten, a.s.w. gelebt haben. Denn ich kann beispielsweise etwas erzählen und ich gehe nach dem Text, aber ich habe das falsche Verständnis von dem Text. Aber der Islam gibt dir einen Filter für Koran und Sunnah. Und das steht schon im Koran und in der Sunnah. Denn der Prophet, a.s.w. sagt, Er sagt, dass hier die Ummah wird sich spalten. Und dann, was ist die Lösung? Und dass alle falsch sind außer einer. Und was ist die Lösung? Und da sagt er, da sagt er, die richtige Gruppe ist die, die, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Der Prophet, a.s.w. sagt, Der sagt, wer von euch lebt, der wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Und das ist das, was wir heute unter uns sehen. Wie kommen wir zusammen? Sagen wir einfach, ja, wir vereinigen jetzt alle, du hast die Meinung, du hast die Meinung. Nein. Sondern du musst auf die richtige Meinung kommen. Wie? Der Prophet hat nicht gesagt, ihr habt Meinungsverschiedenheiten, macht einfach die Augen zu und durch. Er sagt, der wird Meinungsverschiedenheiten sehen. Dann gibt er die Lösung dafür. فَعَلَيْكُمْ بِسْسُنَّةِ وَسْسُنَّةِ الْخُلَّفَى الرَّشِدِينَ الْمَحْدِيينَ So haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. عَدْوَ عَلَيْهَ بِنَوَاجِثِ Weiß mit den Zähnen drauf. Im Koran sagt Allah in 2 Vers 137 oder 237, sagt er, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَتْ إِحْتَدَوْا Wenn sie so daran glauben, an den Koran, wie ihr glaubt, dann sind sie rechtgeleitet. Und Allah sagt in 4 Vers 115, وَمَيْ يُشَاكِكِ الْرَسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِّ غَيْرِ سَبِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم وَسَأْ مَسِيرًا Wer sich dem Gesandten entgegensetzt, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist, das ist eine Bedingung, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist, und folgt einem anderen Weg als dem der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen? Die, die mit den Propheten gewesen sind, die sofort angesprochen waren. Die Sahaber. Wir schauen, wenn der Prophet gesagt hat, bete. Wie haben sie das verstanden? Haben sie dann gesagt, nee, das heißt, stehe morgens früh auf oder geh abends spät ins Bett. Wie haben sie das verstanden? Wenn der Prophet gesagt hat, lasst euch ein Bad wachsen. Wie haben die das verstanden? Haben sie gesagt, ja, wenn du willst, dann mach, wenn nicht, lass. Wir gucken, wie haben die es praktiziert. Nachdem ihm die Rechtsleitung klar geworden ist. Denn das ist eine Miese, ein wichtiger Punkt im Islam. Dass derjenige, der die Botschaft nicht bekommen hat, entschuldigt ist. Allah, der Prophet sagt, dass am jüngsten Tag Leute kommen, die haben nie was von Mohammed gehört. Und die werden eine Probe bekommen. Und das ist ein Zeichen, ein logisches Argument für die Wahrheit des Islams. Wenn jede Religion von sich behauptet, den einen wahren Weg zu Gott darzustellen, für alle Menschen zu jeder Zeit, welche Bedingung oder welche Bedingung muss diese Religion dann erfüllen? Das ist eine Bedingung. Sie muss für jeden Menschen zu jeder Zeit, an jedem Ort einen Weg zum Heil garantieren können. Das heißt, dass jeder Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort die Möglichkeit hat, von der Hölle zu entkommen und ins Paradies hineinzukommen. Und das ist, es gibt keine Religion, die dies explizit mit authentischen Texten so beschreibt wie der Koran. Wir haben gerade den Vers gesagt, Suche 4, Vers 115, wo Allah sagt, nachdem ihm die Rechtsstaatung klar geworden ist. An anderer Stelle, in Suche 17, Vers 15, sagt Allah, Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Der Prophet, a.s.w. sagt, Das heißt, jeder, der von mir hört, egal ob Jude oder Christ, und da nicht daran glaubt, wird zu den Gefährten des Feuers gehören. Das heißt aber, wenn er nicht davon gehört hat, kann er entschuldigt sein. Und das Wort Islam in sich selber impliziert eine wichtige Bedeutung. Denn linguistisch, von der Sprache her, bedeutet Islam, sich Gott ergeben. Und der Kern dieser Religion ist, dass man Gott alleine anbetet. Deswegen sagen wir, Jesus war ein Muslim. Moses war ein Muslim. Noah war ein Muslim. Alle Propheten kamen vom selben Allmächtigen Gott mit derselben Botschaft. Mit derselben Kernbotschaft. Die war, Diene dem Einwahren Gott und unterlasse die Anbetung der falschen Götter. Wo ist der Beweis dafür? Der Beweisesuch 16, Vers 36, wo Allah sagt, Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, damit sie den Menschen lehren, Diene dem Einwahren Gott und vermeide die Anbetung der falschen Götter. So sehen wir im Alten Testament bei Moses, Exodus 20, Vers 4, das erste Gebot. Dort steht, bei dieser, wo wir sagen, das ist mit Sicherheit noch authentisch. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus dem glückten Land, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen. Erstes Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel. Unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst ihnen nicht dienen und du sollst sie nicht anbeten. Jesus, Matthäus 5, Vers 30, was sagt er? Ich kann von mir selber aus nichts tun. Jesus, Matthäus 26, Vers 39, was sagt er? Er fällt mit seinem Angesicht zu Boden und betet zu Gott und sagt nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was heißt das? Islam bedeutet sich Gott ergeben linguistisch. Er ergibt sich Gott. Dem Wille, dem Wille Gottes unterwerfen. Und deswegen waren diese, diese Propheten alle Muslime. Aber, was sich von Zeit zu Zeit ändern kann, sind Scharia Teile. Das heißt, Bestimmungen. Zum Beispiel kann es sein, da sind eine Oma, die Leute 50 Mal am Tag beten müssen und in den anderen 5 Mal. Als Beispiel. Und dies bestimmt Gott nach der Weisheit, aus einer Weisheit heraus. Aber er wusste und hat bestimmt, dass für die Menschen bis zum jüngsten Tag dieses Gesetz, was er mit dem Propheten Mohammed herabgesandt hat, gültig sein muss. Was ist jetzt mit jemand, der in der Antarktis wohnt, der hat nie was von Mohammed gehört? Und der hat vielleicht Fehler gemacht. Schritt Nummer 1, durch seine natürliche Veranlagung, er hat nur zu Gott gebetet, geht ins Paradies. Weil er seiner Fitra gefolgt ist. Allah sagt, in Surat al-Araf sagt er, Das heißt, die Menschen haben schon, sind schon zu einer spirituell erschaffen worden und haben Zeugnis abgegeben. Deswegen sehen wir heute überall auf der Welt, der Mensch, der alleine gelassen wird, wird irgendwo an einen Gott glauben, an eine höhere Macht. Denn was ist Gott? Wir haben es heute mit vielen Leuten zu tun. Ihr habt bestimmt schon das Gespräch gehabt. Du redest mit jemandem, glaubst du an Gott? Er sagt, Nee, Glaubensschnitt. Dann sagst du zu ihm, Ja, schau mal, wie alles erschaffen wurde. Wenn du auf der Wiese beispielsweise eine Videokamera finden würdest, würdest du glauben, dass die sich aus Staub, dass sich diese Videokamera aus Staubteilchen entstanden ist, sagt er, Nee, bist du bescheuert oder was? Wie will das denn funktionieren, eine Videokamera aus Staubteilchen? Dann sagst du, Was ist mit deiner menschlichen Videokamera, mit deinem Auge? Wie passiert es, dass durch Licht, durch Licht, ja, Strahlung in deinem Gehirn ein Bild produziert wird? Wie funktioniert das? Spätestens dann sagt er, Ja, okay, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, da ist irgendetwas. Dann sagen wir zu ihm, Ja, was ist denn das irgendetwas? Das ist nämlich das Problem. Viele stellen sich unter Gott, stellen sich vor, ein Manneken, irgendwie so ein alter Mann mit langem Bart, a'udhu billah. Aber Allah sagt im Koran, Leysa kamithli shee, nichts ist ihm gleich. Allah ist unabhängig von Raum und Zeit, der hat Raum und Zeit erschaffen. Stell dir das vor, es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Hört sich gut an, ne? Es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Aber Alhamdulillah, das ist der allmächtige Gott. Und hier ist der Punkt. So. Das heißt, der Islam, der zweite Schritt ist, dass jemand, der keine Botschaft gemacht hat, Fehler gemacht hat, er wird nicht bestraft, ohne Gesandten, er wird am jüngsten Tag nochmal auf die Probe gestellt. Ob er ins Paradies oder ob er in die Hölle geht. Das dazu. Jedenfalls geht er dann über Jesus Methode wahr und ist es, das Herz des Eilens anzurühren, sodass er oder sie sich aus Liebe zu ihm öffnet, statt durch Zwang unter Kontrolle. Wir sagen erstmal, laut Bibel ist das falsch. Weil in der Bibel gibt es genügend und das ist das Problem. A'tuk minuna bibad glaubt ihr an einen Teil vom Buch und an anderen nicht. Denn in der Bibel gibt es Verse mit Zwang. Stell dir vor, es gäbe keinen Zwang. Ist Zwang immer schlecht? Stell dir vor, deine Eltern würden dich so nicht zwingen. Würde dann irgendjemand in die Schule gehen? Ja. Ja, siehste. Sag ich doch. Aber bestimmt nicht morgens um 8 Uhr, oder? 10 Uhr wird es dann ankommen. Da wird keiner in die Schule gehen. Du brauchst manchmal Zwang. Guckt ihr, in Deutschland ist Zwang immer schlecht, weil was er hier sagen will, wir gehen zurück zu seiner Aussage und Muslime. Ich sage das erstmal den Nicht-Muslimen, damit ihr als Nicht-Muslimen, dem Nicht-Muslim, der sich vielleicht mit der Religion beschäftigen will, dass man sich einen Maßstab für die Wahrheit sucht. dass man sich fragt, was ist der Maßstab, um zu definieren, zu sagen, dies ist die Wahrheit. Ist der Maßstab, ich gebe euch mal einen Maßstab. Ich habe mal mit einer Frau geredet, ja, Iranerin, und die hat gesagt, sie hat keine Religion. Sie ist keine Muslimin. Da habe ich gesagt, nee, bist keine Muslimin. Welche Religion hast du denn? Da hat sie gesagt, ich bin Buddhistin. Da habe ich gesagt, boah, Buddhist ist mir zu schwer. da darf man ja eigentlich gar kein Fleisch essen. Bei uns im Islam darf man nur kein Schweinefleisch essen, das ist einfach. Aber gar kein Fleisch ist mir zu schwer. Wisst ihr, was die gesagt hat? Echt, darf man gar kein Fleisch essen? Ja, ist das auch nichts für mich. Ja, versteht ihr? Der Maßstab ist dort, was gefällt mir? Boah, bei uns in der Religion, das ist so cool, da musst du morgens aufstehen, Hip-Hop hören und so weiter. Aber was ist der Maßstab, dass das richtig ist? Die Frage ist, ist das von Gott? Wenn das von Gott ist, ist das gut. Wenn jemand sagt, man darf kein Fleisch essen, wenn das von Gott ist, ist das gut. Aber wenn das nicht von Gott ist, ist das schlecht. Das heißt, die Frage ist hier nicht, was gefällt dir? Oder was gefällt dir nicht? Ja, Islam will ich nicht annehmen, da muss man ja Kopftuch tragen. Warum hat die Frau Wehen bei der Geburt? Warum hat der Mann keine Wehen? Warum? Ja, hat Gott so erschaffen, ist so. Kannst du nichts dran ändern. Warum müssen wir sterben? Ja, ist so. Das heißt, es gibt Dinge, die erschaffen wurden von Gott, die dir nicht gefallen. Es gibt Dinge, die erschaffen wurden, die dir unangenehm sind. Du weißt aber, weil Gott sie erschaffen hat, er hat sie zu einer Weisheit erschaffen. Gott hat Krankheiten erschaffen. Gott hat den Tod erschaffen. Gott hat das Älterwerden erschaffen. Da fragt man eine 80-jährige Oma, ob die nicht lieber jetzt sich fühlen würde wie 20. Frag sie doch mal. Frag noch mal. Oder eine Frau, die in den Wehen liegt bei der Geburt, frag sie doch mal, ob sie nicht lieber keine Wehen hätte. Da wird sie sagen, ich hätte lieber keine Wehen, aber Gott hat das erschaffen. Das heißt, logisch gesehen kann man sagen, es kann auch sein, dass Gott dir Befehle auferlegt hat, die dir im ersten Moment unangenehm sind. Aber als Muslim sollte man jeden Befehl von Gott lieben, weil er von Gott ist. Aber das ist hier, warum nenne ich das? Weil das ist der Maßstab, den ihr nehmt. Zwangkontrolle, bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Verstehst du? Das ist das Problem. Nee, 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 ich meine das ernsthaft. Versteht ihr alles? Ja, ja, und dann kommt man in den Himmel, dann kommt der Engel mit der Harfe, ding, 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 und ist am Spielen. Nein, das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, was ist die Wahrheit? Kein Zwangkontrolle. Jesus sagt, Saut Bibel, Matthäus 10, Vers 27, ihr sollt keine Angst vor demjenigen haben, der den Leib töten kann, die Seele aber nicht töten kann, sondern Angst vor demjenigen haben, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle werfen soll. Das heißt, man soll Angst haben. Warum? Weil Angst in manchen Fällen gesund ist, wie ich eben das Beispiel gegeben habe. Widerspricht Angst der Liebe zu Gott? Nein. Weil es kann sein, dass du vor deinem Vater Angst hast. Aber du liebst deinen Vater auch. In gewissen Dingen. Du hast Angst, wenn du was ausgefressen hast. Das ist eine Medizin. Hoffnung, Angst, Liebe. Nicht nur das eine oder das andere. So. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt so viele Dinge, die mit Zwang gemacht werden, die aber nicht schlecht sind. In Deutschland, wenn du nicht zur Schule gehst, kommt dich die Polizei abholen. Ganz einfach. Wenn du deine Miete nicht bezahlst, fliegst du raus. Es gibt tausende Sachen, wo es Zwang gibt. Tausende Sachen. Das heißt, wie kommt jemand auf diese bescheuerte Idee, das angebliche Nichtvorhandensein von Zwang, als die Richtigkeit einer Religion darzustellen. Wo wir schon gesagt haben, dass es auch dort Zwang gibt. Ich habe es eben genannt, Matthäus 10, Vers 27. Das heißt, er nimmt das zweite, das erste Argument war dieser Vers mit dem Schwert. Das zweite Argument ist diese Sache mit dem Zwang. Und schon wieder hat er sich ein Knockout gegeben. Aber wisst ihr, warum ich das erwähne? Brüder und Schwestern, viele Muslime werden mit solchen Argumenten angegriffen. Und sobald jemand kommt mit dem Argument, sagt der Muslim doch, nee, 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 bei uns gibt es ja gar keinen Zwang. Warum trägt die Frau im Islam Kopftuch? Ja, nein, die muss ja nicht, die soll. Warum dürft ihr denn kein Schweinefleisch essen? Ist doch gut. Bei uns, wir dürfen Schweinefleisch essen. Unsere Religion ist besser, wir dürfen Schweinefleisch essen. Übrigens, laut Bibel, Leviticus 11, Vers 7, auch Schweinefleisch verboten. Kann man gerne in der Bibel nachschlagen. Dritte Buch Moses, aber auch egal. Was? Leviticus 3, Vers 6 und 7, Vers 7 ist das. Aber es ist auch, 8 auch, stimmt. Aber auf jeden Fall, dort steht, man darf das Aß nicht berühren, das Fleisch nicht essen vom Schwein. So, aber der Punkt ist hier, dann sagst du das dem Muslim, dann erzählt er dir, dann will er dem die Religion schmackhaft machen. Verstehst du? Dann sagt er, ja, nee, weißt du, früher gab es keine Kühlschränke und so weiter. Es geht um den Befehl von Gott. Was war mit Adam? Der hat vom falschen Baum gegessen. Der hat die falsche Frucht gegessen. Hat er dann zu Gott gesagt, ja, weißt du, keine Kühlschränke oder wie, für den Dings. Es geht um den Befehl von Gott, nicht um Kühlschrank. Jetzt geht es weiter. Vergleichen Sie das mit der Methode Mohammeds, wie auch immer man das interpretieren will. Guck mal jetzt, wie man auch immer es interpretieren will. Schwert und Krieg sind untrennbar mit dem islamischen Glauben verbunden. Warum sagt er Schwert? Kämpft heute noch jemand mit dem Schwert? Ninjas oder wie? Guck mal, warum nennt er das Wort Schwert? Guck mal. Er nennt das Wort Schwert, damit assoziiert man gleich etwas Negatives. Das ist eine stärkere Wirkung. Ich kann zum Beispiel sagen, Kampf ist mit dem islamischen Glauben verbunden. Ich kann aber auch sagen, Schwert, Krieg, Vernichtung und Zerstörung sind ein untrennbarer Bestandteil dieser Religion. Verstehst du? Und dann hat das eine ganz andere Wirkung. Deswegen das Wort Schwert. Schwert und Krieg. Das ist so ein kleiner Trick am Rande, aber auch egal. Untrennbar mit dem islamischen Glauben verbunden. Selbst die besten Apologiten, selbst das sagen wir, wenn du das sagst, dann lese mal die Bibel. Lese mal die Bibel, wenn du das sagst. Und was haben wir eben über Kampf gesagt? Was haben wir eben über Gewalt gesagt? Gewalt ist schlecht, wenn es in einem ungerechten Grund benutzt wird. Das heißt, wir müssen gucken, in welchem Grund wird es benutzt. Und wir haben eben gesagt, dass der Beweis, dass wir keinen zum Glauben zwingen können, ist, wie viele Christen es heutzutage seit Jahrhunderten in den islamischen Ländern gibt. Dass wir heutzutage sehen, heutzutage sehen, dass Andalus, Spanien und Indien jahrhundertelang von Muslimen beherrscht wurde und dass es dort immer noch Hindus und Christen gibt. Ansonsten, die hatten die Macht. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, in Deutschland, die haben heute die Macht und die sagen, ja, wir bringen alle Muslime um, die hier leben. Ach, die haben die ganze Polizei, die haben die ganze Armee, was willst du denn großartig machen? Dann bist du platt. Aber mindestens nach 600 Jahren, du kannst vielleicht heute noch flüchten und gehst wieder in dein Land zurück. Aber du kannst bestimmt nicht 600 Jahre überleben, wenn 600 Jahre dieser Vers so zu verstehen wäre, dass die alle getötet werden müssen. Das hat einen historischen Kontext. Wenn du einen Bibelfers nennst und nennst du einen Vers, wo zum Töten aufgerufen wird, dann sagt er, ja, das hat einen historischen Kontext. Ja, man muss fragen, warum, weshalb, wieso. Warum nicht dieselbe Herangehensweise beim Islam? Das nennt man Unehrlichkeit, nennt man das. Dann geht's weiter. Selbst die besten Apologeten des Islam ein Fremdwort benutzen, damit man sich auch, damit das intelligent wirkt. Räumen den Gebrauch des Schwertes im Islam die Schwert. Ja, Schwert, klar. Ein Sagen, aber beschwichtigend, das sei jedes Mal nur zur Verteidigung geschehen. Nahgelegt sei nur, den Koran und die Geschichte des Islams selbst zu lesen, um zu umscheiden, ob dem so ist. Dann sage ich, nahegelegt sei nur, die Bibel und die Geschichte des Juden und Christentums zu lesen, um sich genau zu informieren. Doch den besten Apologeten fällt es schwer, Mohammeds eigene Auffahrung zum Töten zu umschiffen. Da habe ich ja eben schon drüber geredet. Ja, schlau. So, dann geht's weiter. Sie stimmen doch sicher mit mir überein, dass Gott, guck mal, hier kümmern jetzt die Argumentation, bitte. Sie stimmen doch sicher mit mir überein, dass Gott der Allmächtige Herr über Leben und Tod ist. Wie kann dann ein Muslim als Mörder, der Feinde des Islams auftreten, ohne sich über Gott zu stellen? Ich will das erst mal sagen, betonen. Ich habe gestern einen Vortrag über Islam und Terrorismus gemacht. Wir sagen, wie gesagt, nicht, dass der Islam erlaubt, unschuldige Menschen zu töten, wie 11. September oder beispielsweise das, was in London passiert ist, in Madrid und so weiter. Aber wir haben gesagt, zu bestimmten Anlässen ist es erlaubt. Zu bestimmten Anlässen ist es auch jetzt erlaubt. Was ist denn jetzt gerade in anderen Teilen der Welt los? Was ist denn da jetzt los? Das ist alles, das alles, ach ja, das sind ja alles Friedenstruppen. Entschuldige, ich habe es ganz vergessen, dass wir jetzt ja gerade, wir haben es ja gerade in Afghanistan, haben wir es ja mit Friedenstruppen zu tun. Die schießen sozusagen mit Blümchen schießen die. Es kommt dann eventuell ab und zu mal zu einem Kollateralschaden, wo dann mal 150 Zivilisten plattgeschossen werden für einen bösen Taliban. Ja, aber da ist ja alles kein Problem. Da kriegt der Obama ja sogar den Friedensnobelpreis für. Wollen wir nun mal so gesagt haben. Ja, oder ich meine, hier sind viele aus Palästina. Ich denke mal, da brauchen wir nicht großartig drüber zu diskutieren, was da so abläuft. Von daher, was ist das hier für eine Heuschelei? So, jetzt sagt er, guck mal, er will jetzt sagen, wenn Gott doch allmächtig ist, wieso soll dann jemand Gewalt für einen guten Zweck einsetzen? Er sagt natürlich Morden und so weiter. Da sagen wir dasselbe, wenn Gott doch allmächtig ist, wieso gibt es überhaupt die Polizei? Wieso? Ja, natürlich ist Gott allmächtig, aber das ist ja dein Problem. Das Leben ist nicht dazu da. Du wirst auf die Probe gestellt, ob du denen, der ungerecht ist, hinderst, ungerecht zu sein. Oder sagen wir jetzt, warum haben wir denn eine Polizei? Gott ist doch allmächtig. Wenn Gott den bestrafen kann, warum gibt es überhaupt Gefängnisse in Deutschland? Gott kann den doch bestrafen. Ja klar, stimmt. Stimmt. Habt ihr verstanden, was ich damit meine? Ja? Ja. Ja. Er will sagen, also wenn Gott allmächtig ist und Herr überleben und tot ist, wie kann dann ein Moslem als Mörder der Feinde des Islams auftreten? Dann sagen wir zu ihm, ja wenn Gott allmächtig ist, wieso tritt dann George Bush mit seiner Armee in Afghanistan auf? Gott ist doch allmächtig. Der kann die doch auch so hindern. Weil er will jetzt, sagt jetzt danach, sicher in seiner Allmacht selbst, ohne sich über Gott zu stellen, denn seinen Feinden sicher in seiner Allmacht selbst das Leben nehmen könnte. Aha. Ja okay, warum nimmt dann Gott, die Taliban sind ja jetzt laut George Bush die Feinde, ja? Warum nimmt denn Gott denen nicht selber das Leben? Total bekloppt. Aber guck mal, schau dir das mal an, warum überhaupt noch was? Warum überhaupt? Gott hat doch die Allmacht, wenn Gott mich versorgen kann, warum stehe ich nicht einfach zu Hause? Warum gehe ich überhaupt arbeiten? Ich kann doch dann auch zu Hause sitzen und machst du den Mund auf und dann kommt das Hähnchen schon in den Mund reingeflogen. Der hat gar nicht verstanden, wofür das diesseitige Leben da ist. Das diesseitige Leben ist nicht dazu da, um auf der Couch zu sitzen, sondern ist das Leben der Probe. Jetzt schreibt er, dies ist nur einer der Widersprüche, einer der Widersprüche im Koran. Das ist ein Widerspruch, ja? Also ein Widerspruch ist, wenn man eine Polizei hat, eine Armee hat, Gewalt anwendet, dass es Menschen eingesperrt wird, das ist alles ein Widerspruch zur Existenz Gottes. Wir müssen den mal fragen, Herr Kollege, Sie glauben ja, dass Gott allmächtig ist. Warum gibt es überhaupt, sind Sie gegen Gefängnisse in Deutschland? Wird der sagen, nee? Dann sagen wir, wieso? Der stellt sich über Gott. Wenn Gott will, kann er den doch selber bestrafen. Denjenigen, ja, wir glauben, Gott kann den selber bestrafen, aber wir glauben auch, dass der Verbrecher aufgehalten werden muss. Denn Allah sagt im Koran, Wenn Allah die einen Menschen durch die anderen nicht zurückgehalten hätte, wäre die Erde zugrunde gegangen. Das heißt, das gehört mit zu deiner Probe. Der Prophet, a.s.w. sagt, Wenn jemand von euch etwas Übles sieht, der muss es mit der Hand verändern. Mit der Hand verändern. Wenn er nicht kann mit der Zunge, wenn er nicht kann mit dem Herzen. Und das ist die schwächste Form des Glaubens. Das heißt, das Ungerecht mit der Hand zu verändern, gehört zu der Probe von Allah. Dann, jetzt geht es weiter. So ist Suche 5, Vers 32, keine Toleranzsuche gegen Christen. Gegen müsste eigentlich für Christen sein. Toleranzsuche für Christen. Aber ist egal. Erstmal müsste es Toleranzvers sein, weil es ist ja Suche 5, Vers 82, aber auch egal. Aber es spielt ja jetzt keine Rolle. Erstmal, was ist Toleranz? Und Brüder, das wird euch, und Schwestern, das wird euch heute oft, da kommt jemand in der Schule und sagt, der Islam ist nicht tolerant. Und dann sagt der Muslim, doch, wir sind die toleranteste Religion. Was ist denn Toleranz? Was heißt Toleranz? Versteht ihr? Normalerweise muss man sagen, wenn dir einer so kommt, muss man sagen, ja und, ist mir doch egal. Oder du fragst ihn zurück, was ist denn Toleranz? Was ist Toleranz? Toleranz kommt vom lateinischen Wort Tolerare, was heißt dulden? Aber was heißt das jetzt, Toleranz? Also ich bin jetzt, ich bin jetzt, ja ich bin verheiratet und ich dulde das, wenn meine Frau mir zu essen macht, ist das Toleranz? Ne, ist keine Toleranz, weil ich habe es ja gerne, wenn sie mir was zu essen macht. Beispiel. Gibt viele Sachen, das ist keine Toleranz. So ein Toleranz ist, wenn ich etwas dulde, was ich eigentlich nicht will oder was ich eigentlich nicht mag. oder was gegen meine Vorstellung von der Welt spricht. Und hier gehen wir auf das Ziel ein. Was ist das Ziel im Islam? Paradies. Und da gibt es viele Sachen, die dieser Sache entgegensprechen. Was ist das Ziel in der westlichen Kultur? Selbstverwirklichung. Das Ziel ist nicht, das Ziel von der Gesetzgebung in diesem Land ist nicht, das Paradies zu erreichen. Das Ziel von der islamischen Gesetzgebung ist, die besten Rahmenbedingungen für das Individuum zu schaffen, um das Paradies zu erreichen. Das Ziel von der westlichen Gesetzgebung, säkularen Gesetzgebung, ist, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, für den Menschen sich selber zu verwirklichen in dem Rahmen, dass er einem anderen nicht auf den Schlips tritt. Er wird aber mit Sicherheit dem einen oder anderen auf den Schlips treten. Aber das will er nicht. Das heißt, wir müssen sagen, wenn man etwas macht, was dieser Sache widerspricht, und man ist dagegen, dann ist das nicht tolerant. So. Westen. Toleranz. Hier fragen wir, ist Toleranz immer gut? Ne, Toleranz ist nicht immer gut. Toleranz ist gut, ja, in verschiedenen Fällen, aber in anderen ist es nicht gut. Oder meinst du, wenn einer zu dir nach Hause kommt, vergewaltigt deine Frau und sagst, ja, ich bin tolerant, ich dulde das, hier kannst du meine Tochter auch noch haben, oder wie? Das ist nicht tolerant. Das heißt, ich gebe diese Extrembeispiele, damit man das versteht. Das heißt, warum lässt man sich diesen Schuh anziehen? Wann ist der Islam tolerant? Ist der Islam in allem tolerant? Nein. Das heißt, hier brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber jetzt kommt es. Der Islam ist nicht richtig, weil er nicht tolerant ist. Das will er hiermit sagen. Mit den Vorwerfern zu sagen, sagt dieser Vers nur, dass Christen, die Muslimen, weniger feind sind als Juden. Also er erwähnt ja einen Vers im Koran und Götzendiener. Wenn aber Christen an den dreieinigen Gott glauben, also das ist jetzt seine Behauptung, ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Vers er spricht, das spielt aber auch nicht die Rolle. Für mich spielt die Kernaussage eine Rolle. Hier. Wenn aber Christen an den dreieinigen Gott glauben, sind sie Ungläubige oder Frevler. Ich benutze immer lieber das Wort Nicht-Muslim, weil Ungläubig, darunter versteht man in Deutschland jemanden, der an nichts glaubt. Deswegen benutze ich lieber das Wort. Und eigentlich Ungläubige, wie würde man, Käfer bedeutet eigentlich nicht ungläubig, sondern Ungläubig bedeutet ja, der Glaube glaubt an nichts. Oder da gibt es gar kein Wort für, eigentlich. Also jetzt rein sprachlich gesehen. Aber hier. Natürlich sagen wir ganz klar, also er kritisiert jetzt, guck mal, guck mal dieses Argumentationsmuster. Er kritisiert ist, dass die Muslime sagen, dass es falsch ist, an einen dreieinigen Gott zu glauben. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, alle drei sind nur ein Gott. Athanasianisches Glaubensbekenntnis, Zentrallehre der Kirche. Nochmal neu, für den, der es nicht verstanden hat, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, aber alle drei zusammen sind nur ein Gott, wesensgleich, gleich ewig, gleich mächtig und so weiter, dass das athanasische Glaubensbekenntnis im Jahre 324 auf dem Lizeischen Konzil genau definiert. Okay. Wir sagen, das ist falsch, genau. Weil wir sagen, Jesus ist ein Diener Gottes und wir sagen, der Heilige Geist ist der Engel Gabriel und wir sagen, es gibt nur einen Gott, der anbetungswürdig ist. Punkt. Jesus ist nicht anbetungswürdig, wir sind keine Muhammedaner, man darf Mohammed a.s. nicht anbeten. Hier jetzt der Punkt, wenn er jetzt sagt, das ist ein Beweis, dass der Islam falsch ist, weil wir es falsch sind, dass die Trinität falsch ist, dann gibt er ja praktisch, dann sagt er ja praktisch, er ist auch falsch, weil er sagt, die Muslime sind falsch, weil sie sagen, Jesus ist nicht Gott. Was ist das für eine Argumentation? Das heißt, der Islam ist falsch, weil das Christentum richtig ist. Das ist doch eine super Argumentation, oder? Der Islam ist falsch, weil das Christentum richtig ist. Das ist ja keine Argumentation. Das heißt, dann sage ich jetzt, ja, ihr Christen seid falsch, weil ihr nicht an den Koran glaubt. Okay, stimmt. Aber ich muss dir beweisen, warum der Koran das Wort Gottes ist. Wenn mich jemand fragt, warum ist es falsch, Jesus anzubeten, sage ich, weil Jesus sich selber nicht angebetet hat. Laut Bibel. Und dann muss ich dir beweisen, dass der Koran die authentische Quelle von Gott ist. Jetzt der nächste vorruft. Jetzt kommt er wieder mit einem Vers. Es gibt, so, dann, dann kommt er mit einem Vers, man soll noch nicht mal für Ungläubige beten. Man soll noch nicht mal für Nichtmuslime beten. Und dann bringt er einen Vers aus dem Koran, Suche 9, Vers 113. Stimmt das? Stimmt nicht. Man kann für Ungläubige oder für Nichtmuslime beten. Aber wann? Hier in Diesseits. Du betest zum Beispiel zu Gott, er soll ihn recht leiten. Hat der Prophet, a.s.w. selber gemacht. Durch das Gebet vom Propheten, a.s.w. ist Umar al-Khatab recht geleitet worden. Aber was ist mit diesem Vers gemeint? Guck mal, aber guck mal dieser Trick. Man darf noch nicht mal beten, aber wir dürfen beten. Hier steht, Es geziemt sich nicht für den Propheten und die Gläubigen. für die Götzendiener, um Vergebung zu beten. Selbst wenn sie nahe Verwandte sind, nach denen ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Leuten der Hölle gehören. Hiermit ist die Bittgebet gemeint für den, der gestorben ist. Denn wenn der gestorben ist auf dem falschen Glauben, dann sagen wir, der ist in der Hölle. Und du kannst keine Dua zu etwas machen, was Allah schon bestimmt hat. Du kannst nicht eine Dua machen und sagen, Oh Allah, mache das, die Hölle nicht existiert. Oh Allah macht, dass es keine Hölle gibt. Kannst du nicht machen, weil Allah sagt im Koran schon, es wird die Hölle geben. Du kannst nicht zu Allah sagen, Oh Allah, gebe dem die höchste Stufe des Paradieses. Weil die höchste Stufe des Paradieses hat der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, schon. Das heißt, es gibt Gebete, die man nicht machen kann. Oder es sagt jemand, Oh Allah, lasse noch einen Propheten auferstehen. Nein, weil Allah sagt schon im Koran, Mohammed ist nicht der Vater einer eurer Söhne, sondern der Gesandte Allah ist das Siegel der Propheten. Es kommt kein Prophet mehr danach. Und hier genauso, wenn Allah sagt, dass derjenige, der im Schirk stirbt, für Ewigkeit in die Hölle geht, dann kann man nicht hingehen und sagen, vergebe ihm. Weil er hat schon gesagt, dass er ihm nicht vergeben wird. So, dann geht es weiter. Ja, dann der nächste, das nächste, der nächste Beweis, dass der Islam angeblich falsch ist. Christen kommen nur in den Himmel, wenn sie nach dem Koran gehen. Also, das heißt, Muslime werden. Mashallah. Das ist jetzt der Beweis, dass der Islam falsch ist. Könnte man genauso sagen, ich denke manchmal, ob ich selber übergeschnappt bin oder wie, wenn ich solche Argumentationsmuster sehe. Also, Islam ist falsch, weil die Muslime glauben, dass Christen nicht ins Paradies kommen. Ja, dann geh doch mal zu deinem Pfarrer und frag ihn mal, ob ein Muslim laut Christentum ins Paradies kommt. Römerbrief 5, Römerbrief 5, alle Menschen sind durch die Sünde von einem Menschen zu Sündern geworden. Das heißt, Adam hat vom falschen Baum gegessen, dadurch kamen die Erbsünde, alle sind als Sünder geboren und werden durch einen Menschen und werden durch die gute Tat von einem gerecht gesprochen. Was ist die gute Tat von einem laut Christentum? Dass Jesus sich geopfert habe für die Menschen. Dann Römerbrief 6, wer kriegt dieses Heil zuteil? Wem wird dieses Heil zuteil? Der, der daran glaubt oder sich auf den Tod von Jesus taufen lässt. Punkt. Das ist der Punkt. Dann sagt er, im Islam fehlt es zudem ein rechtsstaatliches Gewaltmonopol. Jede einzelne muslimische Gewalt anzuwenden, wenn er glaube, es notwendig sei. Das stimmt auch so nicht. Dann erzählt er das Nächste. Es gibt den Dschihad der Hand des Herzens, der Zunge. Das heißt, wenn es nicht möglich ist, sich durchzusetzen mit dem Herzen. Ich wollte mal gerne wissen, wie man mit dem Herzen kämpft. Würde ich mal gerne da wissen. Wenn die Situation ist erlaubt, beginnt der Dschihad mit der Zunge. Jetzt guckt mal, wie er das interpretiert. Dschihad mit der Zunge. Gemeint ist Propaganda und eine besondere Wahl der Sprache, damit beim Gegenüber im Dialog das Eigentliche nicht zur Verhandlung kommt. Ach so. Er will also damit sagen, logisch diskutieren können wir nicht. Deswegen kommt das Eigentliche nicht zur Sprache. Der Einzige, der das Eigentliche nicht zur Sprache gebracht hat, das ist der hier. Der hat nur Argumente gebracht, die eigentlich absolut nicht darüber aussagen, ob eine Religion richtig oder falsch ist. Und ich sage ganz klar, ich bin bereit. Ihr könnt von mir aus irgendeinen Pfarrer bringen oder irgendwas anderes, aber für die, die im Fernsehen sind, wir machen direkt eine Debatte. Und da geht es um die eigentliche Frage. War Jesus Gott? Starb Jesus für die Sünden der Menschen? Können wir sofort machen. Wir haben schon einen Ex-Muslim eingeladen, der ist damals nicht gekommen. Die Debatte können wir sofort halten, kein Problem. Man soll uns Bescheid sagen, kontaktieren, wir mieten irgendwo eine Halle und machen eine Debatte. Zuerst redet er eine Stunde, dann rede ich eine Stunde oder andersherum und dann werden nachher, kann jeder nochmal auf die Argumente des anderen antworten. Kein Problem. Das heißt, hier wird nicht auf das Wesentliche eingegangen. Hier wird nur auf Wunschkonzert eingegangen. Und ich hoffe, ihr habt das alle genau mitverstanden. Warum sage ich euch das? Brüder und Schwestern, weil viele Muslime heutzutage sich von der Religion wegbringen lassen. Weil ihnen irgendwelche Forderungen gestellt werden. Blödes Integrationsgelaber und so weiter. Was heißt das Integration? Hat euch schon mal einer genau definiert, was mit Integration gemeint ist? Ich frage die Muslime. Die Muslime hier sollen mir sagen, was, ob sie irgendwo mal gehört haben, außer das Wort Integration, was man mit Integration meint. Hat irgendein Muslim, wurde ihm das gesagt? Nee. Im Fernsehen, es wird immer erzählt, Integration, Integration und die Integration ist gescheitert und die Integration dies und die Integration das. Was ist damit gemeint mit Integration? Meinen Sie damit, dass es viele Muslime gibt, viele Muslime gibt, die vielleicht keinen Schulabschluss haben? Meinen Sie damit, dass es viele Muslime gibt, die im Knast sitzen? Meinen Sie damit, dass es viele Muslime gibt, die das eine oder andere Schlechte machen? Oder die die Sprache nicht können? Ich fange an mit dem Schulabschluss. Wenn es um den Schulabschluss geht, wir als muslimische Prediger sind voll und ganz damit einverstanden mit dieser Integration, dass Muslime sich in der Schule verbessern und Abitur von mir aus machen oder Universitätsabschluss. Wir sind voll einverstanden, weil der Islam nicht dagegen ist. Der Islam ist dafür. Geht es um die Gewalt von Jugendlichen? Wir sind voll dafür, für diese Integration, dass diese Jugendlichen auf den richtigen Weg kommen. Aber warum lässt man uns nicht ran? Hier, man zeigt immer Bilder aus Neukölln und Kreuzberg und was weiß ich, aus irgendwelchen Viertel von irgendwelchen hier Hardcore Rapper Muslim, keine Ahnung. Ja? Lasst uns doch mal drei Monate oder gibt mir vier Monate nach Neukölln. Gibt uns Mittel, dann geht die Kriminalitätsstatistik um 40% runter. Das ist der Punkt. Wir sind für diese Integration. Die Sprache, wer kann denn hier nicht die deutsche Sprache? Ist das Islam spezifisch? Ich bin dafür, diese Integration, ich bin dafür, dass die Muslime die deutsche Sprache perfekt beherrschen. Ich bin dafür. Da haben wir kein Problem mit. Der Islam sagt nicht, du sollst die deutsche Sprache nicht lernen. Der Islam sagt nicht, du sollst in der Schule nach der 8. Klasse von der Schule runtergehen. Der Islam sagt nicht, du musst ins Gefängnis gehen oder du sollst kriminell sein. Im Gegenteil. Der Islam sagt, du sollst Wissen erwerben. Der Islam sagt, du sollst dich vernünftig benehmen, nicht kriminell sein. Und der Islam hat nichts dagegen, dass du die Sprache lernst. Und das ist sogar dafür, dass du die Sprache lernst. Aber gibt es hier irgendjemanden, der die Sprache nicht kann? Ich frage euch mal ganz ehrlich. Die meisten von euch können garantiert Deutsch besser als Arabisch. 100%. 100%. Ich frage, welche, ich stelle euch eine Frage von den arabischen Jugendlichen, die hier sind. Wir haben heute sehr viele hier. Wer ist hier aufgewachsen und hier geboren? Von arabischen Jugendlichen. Bitte alle aufzeigen. Okay. Ich gebe euch jetzt, die hier aufgewachsen sind und nicht zur arabischen Schule gegangen, okay? Ich gebe euch jetzt einen Satz auf Hocharabisch und dann will ich sehen, wer den übersetzen kann. Erlem, Erlem, Anna Nawakid Al-Islami Asharan Nawakid. Ganz einfache Dings. Was heißt das? Wer kann mir das übersetzen? wer kann mir das von den Arabern, die hier aufgewachsen sind, nicht im arabischen Land aufgewachsen sind, kann mir das übersetzen? Nawakid. 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 Is fast ist fast richtig, ist fast richtig, was du sagst, Gegensätze. Also, das heißt, wisse, dass die Dinge, Nawakid, ein Nawakid ist ein Mufsid, etwas, das etwas kaputt macht, wie ein Gegensatz, steht dem Islam entgegen. Wisse, dass die Dinge, die dem Islam entgegensetzen, die den Islam kaputt machen, zehn Nawakid, zehn Islam kaputt machen, sozusagen, oder zehn kaputt machen, so können wir es übersetzen. Ihr könnt mir das singen, jetzt, ich gebe euch etwas anderes, wer kann das übersetzen? Kannst du das nicht übersetzen? Ja, dann gib sinngemäß wieder, sinngemäß. Ja, bitte. Ich will zu meinem Land besuchen, um meine Frau zu besuchen. Ja, genau, das ist ziemlich einfach, aber du bist bestimmt aus Palästinien oder Libanon oder so, ne? Ja, ja, weil das sehr nah zum Hocharabischen ist. Okay, aber was ich damit sagen will, ist, man versteht die deutsche Sprache besser, was meint man, warum heute so viele Jugendliche hier sind? Weil sie die deutsche Sprache besser verstehen als Hocharabisch. Das ist der Punkt. Und das ist ganz wichtig, zu das heißt, wir haben ja gar nichts dagegen, aber hier wird von uns was erwartet. Und das ist die Frechheit. Und deswegen müsst ihr den Mund aufmachen. Ja, es wird der Islam, wird in Verbindung gebracht mit irgendeinem Jugendlichen, der im Omnibus oder im Bus einen alten Rentner zusammenschlägt. Was hat das mit Islam zu tun? Ja, das ist eine Frechheit. Und da muss man den Leuten mal Bescheid sagen, was das soll. Subhanallah, wie ich jetzt in Berlin gewesen bin vor zwei Wochen, wisst ihr, wen ich da treffe? Da gehe ich über die Straße auf einmal, kommt jemand zu mir, ein Deutscher, 50, 40, 50 Jahre, sagt zu mir, ist jetzt nicht der Herr Vogel, Pierre Vogel? Ich sage, ja, der war irgendwie vom Bürgermeister, vom Integrationsrat und so weiter. Da habe ich mich mit ihm unterhalten. Was ist denen ihr Ziel? Aber ich sage dir, das Ziel, und er hat dann über diese ganzen Sachen geredet, ja, Jugendkriminalität und so weiter. Hallo, wie kannst du Jugendkriminalität mit dem Islam in Verbindung bringen? Was hat denn der muslimische Kiffer mit dem Islam zu tun? Muslimischer Zuhälter, Türke, Tunesier, was weiß ich, von mir aus Palästinenser, mit dir auch was abkriegen. Was hat denn mit Islam zu tun? Ja, sie sind ja beleidigt, deswegen habe ich extra drei Länder aufgezählt. Dann sind alle nachher beleidigt. Was hat denn mit Islam zu tun? Das ist das Problem. Das ist irgendeine Jugendgang, die stehen da so auf dem Bild, machen einen auf Rapper, was weiß ich, keine Ahnung, und das ist auf einmal Islam. Da ist der Islam dran schuld. Der Islam ist dran schuld. Der Islam, der das verboten ist, daran schuld. Nee, Schuld ist daran, dass die Leute den Islam nie gelernt haben. Das ist daran schuld. Und das muss man klar sagen. Und jetzt kommt man zu einem in die Schule und sagt, ja, die Mädchen, warum sollen die Kopftuch tragen und so weiter und so fort. Leute, Schwestern, ihr müsst alle das Kopftuch anziehen. Lasst euch doch nicht klein kriegen. Subhanallah, geht heute hier raus und sagt, ihr ist mir sowas von egal, wie mich irgendjemand anguckt oder ob die mich irgendwie blöd anmahnen. Es wird von Integration geredet. Integration ist ein zweiseitiger Prozess. Wenn du morgen das Kopftuch anziehst, kommt ihr in die Schule, die Arme, sie wurde gezwungen, sie hat dieses und jenes, bis wir zwangs verheiratet wurden. Ja, das ist der Punkt. Ja. Und da darf man sich nicht klein kriegen lassen. Und der Problem ist, und das sehe ich immer wieder, Moscheen in Hessen, in Hessen, im Frankfurter Raum, wisst ihr, was die gemacht haben? Ich bin im Jahr 2006, 2007, war ich fast jeden Monat in Hessen gewesen, in einer Moschee. Fast jeden Monat. 2006, 2007. Auf einmal 2008 kein einziges Mal eingeladen, 2009 kein einziges Mal in eine Moschee eingeladen. Ich habe mich gefragt, was ist los? Was passiert? Wie kommt das? Wisst ihr, was passiert ist? Da sind die Kollegen Behörden zu den Moscheen gegangen, Ende 2007, weil wir haben das jetzt mitbekommen, weil Brüder von uns, die wollten in eine Moschee nach Wiesbaden gehen, und dann hat sich dann irgendein Migrationsamt gemeldet und hat zu denen gesagt, ja, diese Personen gehören zu dem Personenkreis von Pierre Vogel und so weiter, und der hat extrem integrationsfeindliche Positionen. Aha. Moment, was meinen Sie denn jetzt hier mit Integration? Was sind denn dann Ihre Ziele? Sagen Sie uns das doch mal. Da haben da die ganzen Moscheen in dem Frankfurter Raum einen Integrationsvertrag unterschrieben, zum Beispiel, dass die muslimischen Mädchen auch zum Schwimmunterricht gehen sollen, zum Gemischten und so weiter. Hör mal, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren gab es in Deutschland getrennten Schwimmunterricht. Vor 40, 50 Jahren durften die Mädchen in der Schule noch keine Jeans tragen. Da habt ihr Glück gehabt, oder? War das damals gut und heute schlecht, oder wie ist das? Nee, das hat was damit zu tun, dass man damals erkannt hat, dass das gegen die Schamhaftigkeit ist. Wenn wir uns für traditionelle Werte einsetzen und die Mädchen dazu motivieren, auf individueller Basis sich keusch zu kleiden und übrigens die Männer auch, weil der Mann kann auch nicht mit der engen Jeans rumlaufen, ist so, dann, oder er muss natürlich etwas drüber tragen, ist ja klar, dann ist das jetzt integrationsfeindlich. Christliche Gruppen, frag doch mal einen Kardinal Meissner, ob das mit dem christlichen Glauben vereinbar ist, dass man nackt voreinander am Schwimmen ist. Ja bitte, das ist doch nackt, oder? Was ist denn der Unterschied zwischen jemandem, der splitternackt ist oder jemandem, der eine Baderose anhat? Was ist der Unterschied? Da gibt es so gut wie gar keinen Unterschied. Der Unterschied ist nur, dass der eventuell, nee, ich brauch's nicht auszusprechen. Das ist der Punkt, das ist fast gar kein Unterschied. Das ist der Punkt. so, aber wenn wir Muslime den Mund nicht aufmachen und dann kommen die Moscheen noch unterschreiben so einen Schwachsinn, dann ist das klar. Dann ist Pierre Vogel der Böse, weil der dagegen redet. Man muss den Mund aufmachen, sich nicht jeden Schwachsinn gefallen lassen und stolz sein auf seine Religion und klar definieren, was man will. Und das ist das, was ich euch sage. Zieht euch nicht diesen Schuh an. Welchen, was werden auf einmal die Moscheen für die fehlgegangene Integration zur Verantwortung gezogen? Wie kommt man darauf? Was soll das? Das ist Schwachsinn. Das heißt, das ist gar nicht deren Aufgabe. Aber natürlich, wir sagen, wir sollten solche Sachen anbieten. Wir sollten die Leute motivieren. Und ich motiviere jeden von euch hier, will ich motivieren. Glaubt mir, versucht in der Schule die Besten zu sein. Zeigt denen, dass ihr es könnt. Dann bin ich nicht auf euch geguckt, siehst du hier, der hat keine Ahnung. Das ist nämlich der Punkt an der ganzen Sache. Aber man muss auch konsequent in der Religion sein. Das ist nur die Tipps, die ich geben wollte. dazu. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.